Bhagavad Gita, Vers 2.5 Es ist besser, vom Betteln zu leben, als auf Kosten der Leben großer Seelen, die meine Lehrer sind. Obwohl sie von Habsucht getrieben werden, sind sie dennoch meiner Verehrung würdig. Wenn sie getötet werden, wird unser Gewinn mit Blut befleckt sein. Erklärung Nach den Anweisungen der Schriften muss man einen Lehrer ablehnen, wenn er eine abscheuliche Handlung begangen und sein Unterscheidungsvermögen verloren hat. Bhishma und Drona waren aufgrund Duryodhanas finanzieller Hilfe verpflichtet, sich auf seine Seite zu stellen, obwohl sie eine solche Position, die lediglich auf finanziellen Überlegungen beruhte, nicht hätten einnehmen sollen. An diesem Grund hatten sie ihr Ansehen als Lehrer verloren. Doch Arjuna glaubte, dass sie trotz alledem seiner Verehrung würdig waren und dass man daher mit Blut befleckte Gewinne genießen würde, wenn man sie tötete. Ansehen 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 Vielen Dank.